Willkommen allemann und willkommen zu diesem neuen Video. Heute mache ich endlich, endlich mal wieder ASMR auf Deutsch. In dieser Serie mache ich einfach ganz einfach Videos, aber nur auf Deutsch, damit ich mein Deutsch ein bisschen verbessern kann und damit meine deutschen Zuschauer ein bisschen ein paar mehr Videos kündigen. Richtig genießen kann. Mein Deutsch ist im Moment, um ganz ehrlich zu sein, im Moment ein bisschen tragisch. Ich habe seit zwei Monaten gar kein Deutsch geredet, nur ein bisschen mit meiner Mutter. Aber ich muss bald wieder in die Schule gehen und mein Deutsch ein bisschen verbessern. Ich muss üben. Ähm, also ich habe gedacht, warum nicht, warum nicht halt ein Video auf Deutsch wieder zu machen. Ähm, ich glaube, dass mein, äh, mein Vokab, also die Wörter, meine, mein Vokab ist nicht so gut. Und es ist, es ist, es ist ziemlich schwach. Äh, also das könnte ich auf jeden Fall ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen verbessern, ein bisschen besser stärkern. Äh, also, um das zu machen, habe ich mit mir drei, also einen Film und, nein, zwei Filme und eine Sendung. Und, äh, alle auf Deutsch, die ich rüber reden kann, äh, die sind sehr, sehr berühmt, also, und sehr beliebt, also. Also, hoffentlich kennt ihr es, äh, auch, aber... Ich bin ein bisschen nicht nervös, aber... Ich habe nicht Angst, aber... Weißt du, was ich meine? Es ist so... Ein bisschen... Es ist nicht so einfach, äh, immer Deutsch zu reden, also... Lass uns an... anfangen. Alles erstes mit... The Lives of Others, obwohl... Diese Version auf Englisch ist, ist es original in Deutsch gemacht. Das Leben der Andern. Habt ihr bestimmt schon mal gehört. Ähm... Also, das Leben der Andern steht in der Uhrzeit des DDR und, äh, die Stasi, Staatssicherheit. Ähm... Und wie er halt gegen das Partei geht. Aber... Mein Liebling... Mein Lieblingscharakter der... Kurt Wiesler, ähm... Ist ein Spionage. Spitzel. Spitzel, I think. Ich glaube, dass beides... Beides funktioniert eigentlich. Spitzel, Spionage. Ja. Ähm... Und er überwacht den Dreimann. Und guckt... Äh... Und hört zu... Zu alles, was er macht. Und er entdeckt, dass der Dreimann gegen der Partei ist. Und dass er... Einfach illegal... Lebt. Und dass er... Dass er... Ganz viele falsche Sachen macht. Und dass er... Einfach... Nicht... 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 Ein guter... Guter... Bürger ist. Der... Der... Fiesler arbeitet für die... Für die... Und für die... Äh... Stasi. Aber dann... Macht der Fiesler eine große Entscheidung. Und er entscheidet... Dass... Und er hat ihn... Ohne das... Ohne das... Ohne das... Wissen zu haben. Also der... Der... Dreimann hat das nicht... Nicht... Nicht gewissen. Oder gewusst. Nicht gewusst. Ähm... Und hat ihn... Und hat sein Leben gerettet. Nicht schlecht... Nicht schlecht... Spoilers... Spoilers... Ganz dunkel... Ganz traurig... Ganz einsam... Und... Hat... Nichts rüber... Äh... Glücklich zu sein. Aber... Danach... Wollte er... Sich ändern. Und... Das hat er gemacht. Eigentlich... Ziemlich gut. Ziemlich gut finde ich. Also... Am nächsten... Haben wir... Mal wieder ein... Ein... Deutsches Blumen. Aber... Es ist für Kinder. Original. Dieses Mal in Englisch. Ab über die Hecke. Over the edge. Ähm... Wow. Wann war das letzte Mal, die ich... Das geguckt habe? Ich hab keine Ahnung. Mit... Äh... Remy... Vielleicht... Äh... Die Namen... Kenne ich im Moment nicht... So gut. Aber... Ich kann es ganz gut... Erinnern. Also... Diese... Ich weiß nicht mal in Englisch... Wie... Wie... Wie dieser... Tier heißt. Ähm... Also diese Tier... Hilft diese... Anderen... Anderen Tieren... Eine Schildkröte... Eine Eichhörnchen... Und eine Skunk... Äh... Ganz viel Essen... Zu finden... Und... Zu... Zu... Stehlen... Sie sind Dieben... Ein Dieb... Ein Dieb... Ist... Through The Hedge... Aber in Englisch... Ist es... Over The Hedge... Also... Bisschen... Bisschen... Eigentlich... Ganz tolle... Tolle Film... Aber... Heutzutage ist es auch ganz alt... Aber ein... Klassisch... Klassisches... Klassisches Film... Als ein Kind... Mochte ich es ganz... Ganz gern... Ganz toll... Aber... Ich habe... Letztens... Vor ein paar Monate... In Englisch... Guckt... Und es war... Es war gut... Es wieder zu sehen... Es hat viele... Erinnerungen... Gegeben... Zurück... Gegeben... Aber... Es hat viele... Ja... Ich habe es... Ich habe es gemacht... Auch ein Kind... Ganz toll... Okay... Als... Letztes... In letzter Platz... Oder... Endlich... Haben wir... Ja... Kari... Hoffentlich... Kennt jemand in die... Comments-Section... Ja Kari... Weil... Ja Kari... Echt... Echt... Irre... Es ist... Irre... Es ist echt... Cool... Das habe ich... Immer mit meinem Bruder... Guckt... Und... Jetzt... Als wir... So... Erwachsene sind... Oder fast... Erwachsene... Haben wir es... Wieder gesehen... Vor ein paar Monaten... Immer... Im Sommer... Und es war... So... Cool... Es war echt... Toll... Ja Kari... Dieser fröhliche... Indianer... Junge... Mit einer... Krindlöse... Neugier... Auf die Welt... Und... Und... Großem Respekt... Für die Natur... Und alle Tiere... Großer Adler... Sein Totem... Und... Besonder... 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 Aus... Von der... Verliegenden... Träumen... Ja Kari... Versteht die Sprache... Der Tier... Und mit ihnen... Sprechen... Wow... Ja Kari... Beter Freund... Ist der stolze Pony... Kleiner Donner... Das Kleiner Donner... Mein Lieblingscharakter... Charakter... Ähm... Dem ebenso vorlauten... Wie... Tolpatschken... Indianer... Jungen... Kleiner Dachse... Und dem... Unentständigen... Indianermädchen... Regenbrochen... Streit... Jackarie... Durchwälder... Berge... Und Prärie... Und erlebt dabei... Allerlei... Aufregende... Abenteuer... Nicht schlecht... Ersprechend... Also... Ja... Ich lieb's... Also... Yes... Der große Adler... Und Jackarie... Und kleine Donner... Und... Regenbogen... Und kleine Dachse... De... 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 ... Jackarie... Ich hab... In meinem Kopf ist die... Die... Musik... Von das Intro... Es geht so... Jackarie... 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 Un kleine Tonner... Ich schliebe es. Jakari, Jakari und Kleiner Donner. So, wenn Sie ein paar deutsche Sendungen oder Filmen mögen oder Sie mögen oder kennen oder haben, bitte du die in die Komment-Sektion und lass mich wissen, ich werde die lesen und dann hoffentlich kenne ich die auch, ich weiß es nicht. Was habe ich auch vorletztem gesehen? Euer Weißensee. Weißensee mit, wie heißt er nochmal? Weißensee mit Peter Görlitz, der Polizeiofficer. Wie heißt er nochmal? Ich kann mich nicht drinnen erinnern. Jetzt kann ich mich nicht drinnen erinnern. Aber Weißensee war es jetzt auch. Aber ja, deutsche Filme oder Sendungen in die Kommentare. Und ja, danke, dass du dieses Video geguckt hast. Hoffentlich war es okay. Vielleicht ein bisschen langweilig, aber hoffentlich war es okay. Danke und bis bald. Tschüss.